Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixel-Hellen-Kanal mit mir, dem Ray und willkommen auch zu einer weiteren RTDT-Ausgabe, was gleichbedeutend heißt Ray testet dein Tuning. Ja, namensgebend teste ich Tunings aus der Community oder bewerte auch Designs oder beides in Kombination. Und heute sind wir in einer richtigen crazy abgefahrenen Ausgabe gelandet, ja, genauso crazy und abgefahren wie mein Design des M4s. Denn eigentlich habe ich, ja, für heute, für diese Ausgabe besondere Fahrzeuge vorbereitet, für diese RTDT-Ausgabe. Allerdings kam da was dazwischen, was ich jetzt nicht näher erläutern möchte, warum das jetzt nicht klappt. Deswegen machen wir das heute mal richtig spontan, ja. Ich habe nichts vorbereitet in dieser Folge, ja, also Freunde der vorbereiteten, perfekt geschnittenen Folgen, die sind hier schon mal falsch. So viel kann ich schon mal sagen. Heute werdet ihr einerseits, oder werdest du besser gesagt, einerseits einen verblannten Ray erleben. Ja, wann bin ich nicht verblannt? Aber ja, alles hier total spontan und crazy, ja. Also das ist heute unser Motto. Crazy Ray, ja. Hashtag Crazy Ray heute. Ja, ich habe nichts vorbereitet und ich habe ja schon immer gesagt, es gibt kein wirkliches Prinzip, nach was ich direkt jetzt die RTDT-Aufbauten oder Einsendungen raussuche. Ich mache meistens halt so, ich nehme meistens entweder etwas modernere Autos, die zusammenpassen oder ältere Fahrzeuge, die zusammenpassen. Oder aber, äh, ein Fahrzeug nur von verschiedenen Tunern oder sowas. Und heute ist es halt, wie gesagt, total crazy. Ich nehme einfach einen Zufallsgenerator. Bei so vielen Entscheidungen in den ganzen Let's Plays und Multiplayer-Folgen etc. pp. habe ich immer den Zufallsgenerator verwendet. Warum? Denn nicht auch heute mal einfach bei einer RTDT-Einsendung oder bei den RTDT-Einsendungen. Wir haben aktuell, Stand zu dieser Aufnahme, aktuell 446 Einsendungen, die wir noch nicht gezeigt haben. Ja, wohlbemerkt. Also, wir hatten ja schon ein paar. Und ich werde einfach per Zufallsgenerator jetzt einfach welche ziehen und gucken, solange wie die Folge halt geht. Kann sein, dass wir heute nicht viel Autos schaffen, aber vielleicht ein Auto schaffen auf jeden Fall. Ich ziehe einfach jetzt mal zufällig, gucken, was passiert. Zufallsgenerator läuft und er springt, ja, mehr oder weniger zur güldenen Mitte, zu 212. Und da auch gleich nochmal eine Erwähnung, falls das zu Verwirrung sorgt. Die Autos sind nach dem Jahr sortiert. Das heißt, Autos mit, oder die Ziffer, die sehr niedrig ist, zum Beispiel wenn wir jetzt eine 1 ziehen, dann ist das Auto sehr modern. Wenn aber die Zahl Richtung der 446 driftet, dann ist das Fahrzeug höchstwahrscheinlich schon etwas älter. Da wir jetzt irgendwo in der Mitte sind, gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir ungefähr so, da wir doch im Schnitt mehr modernere Fahrzeuge haben, würde ich sagen, wir sind mal so in der Mitte der 2000er Jahre. Würde ich jetzt beschätzen bei 212. Ich gucke einfach mal in meiner Liste. Für euch, ja, läuft jetzt hier lustige Musik, die ich natürlich mit meinem akustischen Mundwerk einsummen werde. So, Entschuldigung. So, 212. Ich sehe gerade, dass 213 genau das gleiche nochmal ist. Also da hat jemand zweimal, dreimal das gleiche eingeschickt. Jetzt dreimal. Sogar, lustigerweise, 214 ist jemand anders. Aber 215 ist wieder der gleiche. Also es reicht, wenn ihr einmal etwas einschickt. Ja, mehr wird es nicht besser. Wobei, gut, heute schon, weil man im Zufallsgenerator ist natürlich, wenn man mehr einschickt, macht es natürlich mehr Sinn. Ich markiere jetzt aber mal alle, dass ich die nachher auch alle gleichzeitig wieder rauslösche. Und zwar, ja, Mitte der 2000er hat jetzt nicht ganz gepasst. Also Mitte der 2000 meinte ich eigentlich so zwischen 2000 und 2010. Ja, nicht ganz. Wir sind noch moderner. Krass. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele moderne Fahrzeuge, die eingeschickt wurden. Wir sind nämlich im Jahr 2013. Und wir springen zu einem Fahrzeug, was wir noch gar nicht hatten. Und das ist eigentlich schon fast eine Schande, dass wir das Fahrzeug noch nicht hatten. Ich gucke mal, ob ich es überhaupt im Fuhrpark habe. Ansonsten müssen wir es uns noch erstmal kaufen. Und zwar, wir gehen zu Ferrari. Natürlich was auch sonst. Und zwar zu einem ganz besonderen. Und da haben wir es auch schon. Nämlich zum Ferrari 4580 Speziale. Dass ich den echt noch nicht gezeigt habe. Das ist eigentlich ein geiles Fahrzeug. Ja gut, der 488 ist halt, nee, ist halt auch geil. Egal. Wir steigen mal ein. Und zwar der Lars Schilischosch. Schilischosch. Ich kann es nicht aussprechen. Tu mal Lars. Ich nenne dich jetzt einfach mal Lars. Ich denke mal, das wird ein richtiger Name sein. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Hat was eingeschickt. Und er hat geschrieben. Nicht viel Text. Er hat geschrieben einmal. Bei der ersten Einsendung hat er geschrieben. Etwas mehr Bums und Performant. Bei der zweiten Einsendung hat er geschrieben. Kannst dieses Tuning auch gern auf der Teststrecke mal testen. Und beim dritten Mal hat er einfach gar nichts geschrieben. Kann man auch so machen. So, er hat beides. Also er hat sowohl Tuning als auch Design. Deswegen fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Design an. Ja, wir suchen jetzt natürlich unter seinem Nickname. So, Moment. Jetzt seht ihr auch, wie der gute Herr oder der gute Dame. Gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Aber ich sage jetzt mal her. Oh, jetzt habe ich auszusehen meine Xbox-App geschlossen. Ich bitte um einen Moment Geduld. Weil wenn ich das jetzt eintippen muss hier, dann geht das ein bisschen zu lange. Aber lalalala. Ich bitte kurze Geduld. Dam, dam, dam. Ja, wie gesagt. Heute mal Crazy-Folge. Heute ein bisschen alles spontan. Deswegen könnten die Ladezeiten etwas länger sein. Also ihr müsst heute ein bisschen Geduld mitbringen. Wie schon gesagt, wer damit nicht klarkommt, der muss halt auf die nächste Folge warten. So. Ein Design findet er und das wird es auch sein. Okay. Ja, wir laden es einfach mal drauf. Ich bewerte es dann gleich. Jetzt machen wir, denn nach kommt gleich das Tuning dran. Dam, 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 dam. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass er so einen mega kranken Maximalaufbau gemacht hat. Wobei er gesagt, performant. Mehr Bums und performant. Also wir gehen mal davon aus, wir haben so einen mittleren S2-Wert. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, Upgrades. Schauen wir mal. Upgrade laden. Suchen. Und ersteller. Und dann suchen wir erneut unter seinem Nickname. Und go. Dann hoffen wir mal, dass wir was finden. Das kann natürlich heute auch schief gehen, dass jemand vergessen hat, sein Tuning oder Design freizugeben. Dann springen wir einfach zum nächsten Fahrzeug, würde ich sagen. So, ja, wir installieren das einfach direkt. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was sich ändert. Aber das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Einfach. Ah, hier steht es mehr oder weniger auch. Also wir werden ein bisschen leichter. Ein bisschen mehr Leistung. Und tatsächlich gar nicht mal mittleren S2-Wert. Also sogar echt nur dezent verbessert. Das finde ich cool. Also, weil manchmal ist weniger mehr. Meiner Meinung nach. Bestes Beispiel. Letzte Folge. Mit dem Sesto Elemento. So ein Maximalaufbau steht dem nicht so gut. Meiner Meinung nach. So, jetzt ist alles drin. Jetzt gucken wir uns das Fahrzeug einfach mal an. Ja, er hat quasi diesen Ferrari-klassischen Rallye-Streifen einfach zweigeteilt. Ist auch eine Idee. Vor allem, weil die Öffnungen hier auch so zweigeteilt sind. Warum nicht? Zieht sich allerdings nur über die Motorhaube, also nicht über das gesamte Fahrzeug. Und dann hat er hier unten diesen Abschnitt schwarz gemacht. Ja, sieht sehr, wie soll ich sagen, sehr prototyphaftig aus. Ich finde es jetzt von dem Gesamtdesign jetzt nicht so stimmig, muss ich sagen. Mag aber auch Geschmackssache sein. Es sieht halt so ein bisschen jetzt so nach Baukasten aus, sofern man das beim 4-5-8-Spezialen sagen kann. Ähm, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, er wollte halt dieses gesamte Teil halt einfach schwarz lackieren. Ähm, ist okay, aber passt halt nicht. Vorne ist dann irgendwie der Kontrast fehlt dann irgendwie. Und eben hier halt diese Streifen eingefallen, die hören dann aber auf. Dach wiederum ist schwarz, wobei ich glaube, das ist serienmäßig schwarz, oder? Oder hat er selber lackiert? Das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ähm, ja, also ist okay. Ähm, ist jetzt kein herausragendes Design, aber jetzt gucken wir uns einfach mal das Tuning an. Ich würde sagen, wir fahren aber ein paar Meter und dann gehen wir auf jeden Fall auch direkt auf unsere Teststrecke, weil da können wir das Fahrzeug natürlich am Limit bewegen und das macht ja dort auf jeden Fall am meisten Sinn. Ja, klingt schon mal gut. Ja, dreht schön hoch. Könnte sein, dass er da auch die Nockenwelle verbaut hat. Ähm, 9500 Umdrehungen, das dürfte nicht die Serie sein. Wobei der Motor natürlich schon sehr hoch drehen kann. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen Regenwetter. Aber fahren wir mal hier ein bisschen durch Surfers Paradise, mal ein bisschen so durch die engen Häuser, Gassen. Gucken wir mal, wie das Fahrzeug hier so sich bewegt. Ich meine, die Basis ist natürlich schon mal sehr, sehr geil. Der 458 Speziale, die scharf gemachte Variante des 458 Italia. Ich war ja für dieses Fahrzeug Feuer und Flamme im Vorgängerteil in Horizon 2. Und ich finde auch optisch ist es natürlich ein sehr, sehr geiles Brett, muss man einfach so sagen. Und, ähm, ja, aus den mehr oder weniger Dingen, die hier verbaut wurden, äh, kann man schon sagen, ist auch der 488 entstanden. Also zumindest mal, wenn man so ein bisschen die Aerodynamik-Sachen betrachtet. Und, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooles Fahrzeug. Definitiv. Und ich bin mal gespannt, was das... was das Tuning da noch ein bisschen mehr aus dem Fahrzeug rauskitzelt. Da bin ich mal wirklich gespannt. Auf den ersten Meter, ähm, wirkt das Fahrzeug sehr agil. Was mir sehr gut schon mal gefällt. Weil wir haben ja bedenkt, dass wir jetzt hier auch auf nasser Fahrbahn fahren. Natürlich haben wir hier einen Saugermotor, also nicht Turbo aufgeladen oder Kompressor oder sonst was. Also überhaupt nichts aufgeladen, keine Aufladung vorhanden. Was natürlich dann das, ähm, ja, sagen wir mal, die Drehzahl, die Drehzahlkurve sehr angenehm fahren lässt. Und hier geht es nicht nach, äh, nicht geradeaus. Es geht nach links und rechts und ich konnte mich nicht entscheiden. Na, schlechtes Navi verbaut. Und, äh, ne, Spaß. So. Ja, ich würde sagen, ich gehe einfach direkt auf die Teststrecke, weil es einfach einfacher ist, so ein Fahrzeug da zu bewerten. Weil man da einfach schon mal ein bisschen ans Limit geht. Ich werde, wie immer, das einfach aber auch nochmal als Erklärung, eine Runde Offscreen fahren. Dort werde ich auch wahrscheinlich sehr viele Flashbacks verwenden. Deswegen möchte ich die euch einfach nicht zeigen, weil es mir ja aus dem Flow weist. Und dann werde ich euch den Zweitversuch, der vielleicht langsamer ist wie der Flashback-Versuch, wie auch immer, ähm, da natürlich nochmal umgeschnitten zeigen. Und da werde ich dann vielleicht auch ein bisschen schon was zum Fahrzeug erzählen können. Deswegen würde ich aber sagen, kleiner Schnitt, kleiner Cut und wir sehen uns bis gleich auf der Teststrecke wieder. So, da geht's auch schon los. Ähm, ja, natürlich kann ich natürlich wieder aus dieser kleinen Offscreen-Runde, die ich gedreht habe, schon mal ein bisschen was, ähm, zum Fahrzeug sagen. Und zwar, das Fahrzeug hat so eine Eigenschaft, die, ähm, ich erstmal auf die Spur zurückgeführt habe, aber im Nahen hinein ist mir dann aufgefallen, dass es gar nicht unbedingt an der Spur liegt, was hier eingestellt wurde. Und zwar, das Fahrzeug hat halt die Eigenschaft, dass der Arsch gerne beim Einlenken mitkommt, aber viel schlimmer finde ich es eigentlich nicht beim Einlenken, ähm, viel schlimmer finde ich es tatsächlich auch beim Kurvenausgang. Und da ist eigentlich der Sturz nicht ganz so, ähm, dafür zuständig, sondern vielmehr sind es eigentlich die Dämpfer, die dafür zuständig sind. Und, äh, da wurde meines Erachtens auch für meinen Fahrstil entsprechend da ein bisschen zu viel am Verhältnis gedreht. Ja, es geht ja nicht immer nur um die Härte, also wie stark stelle ich einen Dämpfer ein, sowohl die Zug- als auch die Druckstufe, sondern es geht ja auch darum ums Verhältnis, wie stelle ich es von vorne zu hinten ein. Und da ist es halt so, dass dieses Fahrzeug halt stark dazu neigt, dass, äh, beim Kurvenausgang das Fahrzeug sehr, sehr instabil ist. Natürlich können dazu auch andere Faktoren mit reinspielen, wie Reifendrücke, ähm, auch die Stappis, zwar nur eher bedingt, aber, äh, vor allem halt Dämpfer, Spur, ja, und auch unter anderem der, der Reifendruck. Und hier bei dem Fahrzeug wurde das jetzt halt so gewählt, dass das Heck sehr agil sein soll, was beim Angremsen und beim Kurveneingang ganz okay ist, weil das Fahrzeug sich so ein bisschen mit reindreht, das aber sehr kontrollierbar ist, meiner Meinung nach. Also wenn man da so ein bisschen mit leichten Gegenlecken ist es sogar relativ cool, weil man halt viel enger um die Ecken kommt, weil sich das Fahrzeug da schon viel entsprechter positioniert. Aber beim Kurvenausgang, wenn man da nicht ein bisschen aufpasst, ist halt der Fall, also das seht ihr jetzt hier nicht so im Video, weil ich jetzt das schon weiß aus der ersten Testfahrt und das jetzt versucht zu vermeiden, damit wir hier auch eine anständige Zeit hinbekommen. Aber das ist so ein bisschen was, was mich so ein bisschen gestört hat tatsächlich am Fahrzeug, dass, ähm, das Fahrzeug schon ein bisschen dazu neigt, dass es halt eben, äh, gerade beim Kurvenausgang sehr instabil dasteht und eher, dass der Arsch meint, hey, ich möchte auch noch kommen, rumkommen und so weiter, was man eigentlich da nicht so gerne hat. Ja, hier ist mehr oder weniger war jetzt auch der Fall. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich meine, bei schnellen Kurven ist es nicht so wild, wie jetzt hier. Da kann man jetzt eigentlich ganz gut rum, aber halt gerade so aus engen Ecken raus merkt man es dann schon deutlich bei dem Fahrzeug. Aber ansonsten, ja, die Basis, wie gesagt, ist schon sehr gut und es wurde ja auch nicht so viel dran verändert. Deswegen überzeugt das Fahrzeug und das Tuning dann schon auf jeden Fall. Power ist auf jeden Fall auch da. Und, äh, ja, wir schießen damit über 300 kmh ins Ziel. Gucken auch direkt mal auf die Zeit, würde ich sagen. Und da haben wir eine 314-027. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gerade eben gefahren bin oder offscreen. Auf jeden Fall offscreen bin ich eine ähnliche Zeit gefahren. Und wir gucken einfach mal auf unsere allgemeinen besten Liste, also natürlich 20 Sekunden abgezogen und bereinigt, haben wir hier eine 254-Klatsch stehen. Und da wären wir aktuell, ähm, ja, ungefähr da, wo unser BMW i8 PXH Edition sich befindet. Und auch, ja, ein bisschen schneller wie ein Königseck Agera im Serien-Trim. Das ist ja vom Leistungsindex, passt das ja eigentlich schon mal prima hier rein. Wir werden auch schneller zum Beispiel als der, äh, Mercedes-AMG GTR Black Edition. Also dem her ist es ja so schon mal nicht schlecht. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, der AMG GTR Black Edition war eines der ersten Fahrzeuge, die wir über die Teststrecke geschickt haben. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erwähnt, ich glaube, wenn ich das Fahrzeug nochmal drüber schicken würde, würde die Zeit besser sein, weil ich jetzt einfach schon viel mehr Erfahrung auf dieser Strecke habe. Aber sei es drum. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man da nicht meckern. Wir schalten, würde ich einfach mal sagen, direkt zur RTDT-Bestenliste. Und da sortiert sich das Fahrzeug mit dieser Zeit auf einen, ja, super zweiten Platz. Und das ist ja, ähm, wenn man das vom Leistungsindex her sieht, eigentlich auch perfekt, wo es sich einsiedelt. Etwas unter dem M3, der etwas mehr Power hatte. Ähm, und, äh, aber immerhin auch schneller hier wie der AMG GTR. Der natürlich auch, muss man sich nicht sagen, beim AMG GTR sehr durch seine extreme Aerodynamik ausgebremst wird. Und auf unserer Teststrecke ist natürlich auch Topspeed nicht unwichtig. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fahren noch mal ganz kurz ein paar Meter, um euch das einfach mal zu zeigen, was mir da aufgefallen ist. Das wollte ich ja natürlich jetzt in dieser schnellen Runde, äh, vermeiden. Wir gehen mal raus hier an dieser Stelle und, ähm, gucken uns das Ganze einfach noch mal an, was ich genau meine. Also den Übergang, ne, es gibt ja beim Tuning oder überhaupt allgemein, so ein Fahrzeug kann ja total verschiedene Eigenschaften haben. Und deswegen gibt es ja auch so viele Tuning-Möglichkeiten. Und ich meine, Horizon oder allgemein Enforcer, das sind ja bei weitem nicht alle Möglichkeiten, die es normalerweise gibt. Normalerweise kann man ja für jede Aufhängung, für jedes Rad, alles einzeln einstellen. Hier ist es ja stark vereinfacht, meistens mit vorne und hinten und fertig hat sich das. Also mit links, rechts gibt es ja eigentlich ja nichts. Es gibt ja nur vorne und hinten. Normalerweise kann man das, wie gesagt, links, rechts, vorne, hinten, also alles einzeln. Und dann gibt es ja bei den Dämpfern normalerweise noch die schnellen Dämpfer und, und so weiter. Äh, das haben wir hier auch nicht. Das ist ja alles stark vereinfacht. Aber ein Fahrzeug hat natürlich verschiedene Eigenschaften. Ähm, es kann ja natürlich passieren, dass ein Fahrzeug schnell einlenkt, äh, dass vorne es über die Vorderachse schnell einlenkt oder über die Hinterachse schnell einlenkt oder das Gegenteil tut. Untersteuern, übersteuern, diese ganzen Geschichten. Dann gibt es ja natürlich auch untersteuern, übersteuern bei Kurveneinfahrt, übersteuern, untersteuern während der stationären Kurvenfahrt, beim Rausbeschleunigen gibt es das nochmal, das Ganze. Dann gibt es natürlich so Eigenschaften, wie dreht sich ein Fahrzeug in eine Kurve ein oder während der Kurvenfahrt dreht sich's ein oder beim Rausfahren dreht sich's ein oder dreht sich aus oder wie auch immer. Also es gibt so viele Eigenschaften und für jede, alles was man da so einstellen kann, äh, hat im Prinzip mehr oder weniger eine Auswirkung darauf und natürlich auch das Zusammenspiel, diese einzelnen Komponenten. Und das ist natürlich dann für den Tuner einerseits schon mal wichtig, dass man ungefähr weiß, was dafür zuständig sein kann. Andererseits ist es aber auch natürlich mit viel Ausprobieren, weil jedes Auto ist anders, Gewichtsverteilung, Federn, ähm, Antriebskonzepte und so weiter und so fort. Und eben das Zusammenspiel da hinzubekommen, das ist gar nicht immer so einfach. Und ich sag da halt meistens mal, man muss dafür jetzt nicht studiert haben, ähm, grad nicht auch für so ein Spiel wie bei Forza, sondern, äh, da reicht's natürlich auch, wenn man ungefähr weiß, wie's geht und vor allem auch einfach selber ein gutes Gefühl fürs Fahren hat und dann einfach auch ein bisschen ausprobiert. So, ich zeig euch mal, was passiert. Genau, jetzt hab ich mal nicht gegengelenkt. Also ihr merkt, dass der Arsch relativ schnell und spontan kommt beim Einlenken. Find ich jetzt aber nicht so schlimm, ja, manche haben das ja sehr gerne, deswegen hab ich erst mal auch auf die Spur geschlossen, weil der Arsch so spontan mit rumkommt. Find ich jetzt nicht schlimm, äh, zeigt natürlich kein stabiles Heck. Ich persönlich hab's lieber, wenn das Heck ein bisschen stabiler ist und die Front eher mit einlenkt. Aber das Thema hab ich ja schon mal angesprochen, in, oder bei unserer Bastelkiste, äh, schräg, schräg, unserem Tuning-Guide. Da hab ich das ja schon mal angesprochen, dass das natürlich sehr vom Fahrstil abhängt. Ich hab da kein Problem mit, mit sowas zu fahren, aber was halt hier das Problem ist, das ist beim Rausbeschleunigen. Hier, bei diesem Fahrzeug hat man halt einfach das Gefühl, dass das Fahrzeug halt eben genau diese Eigenschaft auch beim Rausbeschleunigen hat. Also quasi von der Kurvenfahrt zur gerade Ausfahrt. Und das spricht eigentlich nicht unbedingt für die Spur, sondern eher für Dämpfereinstellung oder auch für den Reifendruck. Ich mein, wir können mal auf den Reifendruck schalten. Da gucken wir jetzt grad mal, vorne haben wir 2,09 Bar aktuell, hinten haben wir 2,16. Also wir haben hinten tatsächlich mehr, äh, Reifendruck anliegen. Ähm, das spricht natürlich einerseits auch dafür. Ja, also wir haben natürlich hinten ein bisschen mehr. Ähm, Temperaturen sind aktuell gleich. Also wieder mehr ist es eigentlich schon aussagekräftig. Äh, das spricht natürlich auch dafür, dass sowas halt passiert, dass sowas auch begünstigt wird. Ähm, wie gesagt, ist natürlich jetzt eine Geschmackssache. Ich hab's definitiv nicht so gern, wenn beim Rausbeschleunigen, gerade bei einem Heckantrieb, der Arsch immer noch meint, äh, ich muss immer noch die Kurve fahren. Also um das einfach zu beschreiben. Ja, der Arsch denkt, ich muss weiterhin die Kurve fahren, während die Front schon längst sagt, nee, wir fahren schon geradeaus. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, man kann's glaube ich jetzt anschaulich nicht so richtig zeigen. Es ist jetzt schwierig, das zu demonstrieren. Da kann ich einfach nur jedem empfehlen, das Tuning einfach mal zu schnappen und das mal selber zu testen. Bei dem Fahrzeug merkt man's eigentlich auf den ersten Meter relativ schnell. Jetzt grad, wenn's mal nicht regnet, vorher hab ich gedacht, es liegt vielleicht auch ein bisschen am nassen Wetter. Aber wenn ich jetzt grad hier so aus den engen Kurven raus, ja, wenn ich nicht gegenlenke, also ich versuch mal nicht gegenzulenken, das ist halt bei mir einfach so ein bisschen drin. Also ich fahr die Kurve, stell wieder gerade und ja, der Arsch möchte die ganze Zeit mitkommen. Sagen wir das einfach vielleicht nochmal, wenn ich da vorne aus einmal anbremse und dann ganz eng rumgehe. So, bremsen wir mal hier an, gehen hier rum, stellen die Lenkung gerade und naja, okay, das ist jetzt zu wenig. Ich bumse da. Probieren wir das nochmal grad einfach andersrum. Mal aufpassen hier mit dem Gegenverkehr. Also ich versuch jetzt mal hier, geh hier rum, stell wieder gerade und naja, das ist jetzt zu langsam, als dass da jetzt was, dass man das merkt. Aber ich hoffe trotzdem, es ist klar geworden, was ich eigentlich mit aussagen möchte, was die Eigenschaft des Fahrzeugs ist. Wie gesagt, die Basis ist sehr gut bei dem Fahrzeug, deswegen ist es nicht weiter schlimm. Bei manch anderem Fahrzeug könnte das natürlich meiner Meinung nach negative Auswirkungen haben, aber andererseits ist es natürlich auch wieder ein bisschen fahrstilabhängig. Manche mögen sowas halt und ja, ich würde einfach sagen, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich würde einfach sagen, wir gehen zum nächsten Fahrzeug, sonst wären wir hier auch nicht mehr fertig heute. Ja, ich werfe einfach mal den Zufallsgenerator an, beziehungsweise in der Zeit kann ich ja schon mal die Teleportation und die Reise zurück zur Automesser machen. Ich werfe den Zufallsgenerator an und wir springen zur Ziffer 408, das heißt, ziemlich weit hinten, das heißt, wir gehen in der Zeit etwas zurück, da bin ich mal gespannt, welches Jahr wir jetzt landen. Ich werfe wieder mal ein super geiler Jingle an, den ich von meinem Powered by meinen Mund, äh, Moment, und zwar, äh, ab jetzt, please hold the line, ja, 408, und zwar, wir kommen ins Jahre 1988 und es bleibt italienisch, wir wechseln aber so ein bisschen die Seiden vom, ja, wilden, äh, gehen wir zum, äh, wilden Stier und zwar zu Lamborghini natürlich und, äh, zwar haben wir den 1988er Lamborghini Yalpa und da hat der Wurm 8 1,9, 7,4, 7,7,2 ein, äh, ja, sowohl ein Tuning als auch ein Design eingeschickt, ja, heute haben wir ein bisschen Glück, heute kriegen wir immer beides serviert und der hat auch ein bisschen was geschrieben, er hat geschrieben, äh, technische Daten, Leistung 220 kW in Klammer 299 PS, Drehmoment 362 Newtonmeter Gewicht 1,3 Tonnen 0 auf 100 in 6 Sekunden, 0 auf 100 Meilen in 16,9 Sekunden, Topspeed 270, sonstiges, ja, der Name, bla 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 und dann hat er noch einen kleinen Text geschrieben, das finde ich auch mal sehr cool, wenn ein kleiner Text da steht und er hat geschrieben, Der neue Header L-Yalpa 1 ist ein modernisiertes Stück Geschichte mit aktueller Fahrwerkstechnologie und einem verbesserten Motor können Sie den Fahrspaß haben wie in einem Lamborghini Aventador LP700-4 ähm, wie mit dem Header L-R-R-R-001 den ich noch nicht gesehen habe, also er hat anscheinend noch mal einen Lambo mal eingeschickt, wahrscheinlich den äh, LM001 äh, können Sie Bestseiten auf der Rundstrecke fahren, zum Dunning kann noch eine exklusive Lackierung bestellt werden, gezeichnet Wurm8 Ja gut, dann gucken wir uns das nochmal an. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Yalpa eigentlich habe. Aber ich glaube, ich habe mal alle Lambos mir gekauft. Ich gucke aber einfach mal bei meiner Lamborghini-Garage, die ich extra für Lamborghini natürlich angelegt habe. Ob ein Yalpa zu finden ist. Das ist ein Coontouch. Ist auch von 88. Alles 88. Aber hier haben wir den Yalpa. Und ja, dann würde ich sagen, hier steht neu. Also den habe ich gemeint. Also den LM002 genau ist es, heißt er ja. Und der andere hat er jetzt LRR001 genannt. Jetzt interessiert mich das aber mal, was der LRR001 ist. Ich suche das mal, weil das muss er ja anscheinend auch schon mal eingeschickt haben. Ne, das ist ein Land Rover. Achso, ja okay. LRR, Land Rover, Range Rover und dann 001. Okay, alles klar. Kein Lambo. Ist egal. Wir sind aber jetzt beim Yalpa. So, genau. Dann steigen wir mal ein. Und dann holen wir uns, würde ich sagen, auch am Anfang wieder erst mal das Design. Und dann das Tuning. Da können wir das also einfach selber auch nochmal kurz anschauen. So, zurück. Ja, Modernisierung des Fahrzeugs. Hat er gesagt. Klar, natürlich. Man kann auch nur neue Sachen verbauen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal suchen nach Ersteller. Muss ich kurz auf die Xbox App schalten bei meinem Rechner, dass ich das hier direkt einfügen kann. Dann gucken wir nochmal. Da findet er auch direkt ein Design. Und ja, das ist sehr interessante Farbe auf jeden Fall. Also Design erkenne ich jetzt noch nicht. Das ist mehr oder weniger nur eine andere Farbe. Eine sehr interessante Farbe. Aber jetzt gucken wir mal. Oder ist hier der hintere Bereich weiß gemacht? Oder sieht das jetzt gerade nur so aus? Ja, jetzt gucken wir uns gleich an. Ich würde sagen, das nächste, was wir uns für immer raussuchen, ist auf jeden Fall das Tuning. Sudele, suchen, Ersteller. Und zack, zack und suchen. Da haben wir das ganze Teil auch schon. Ah, hier können wir nochmal kurz angucken. Also wir haben eine leichte Leistungssteigerung, etwas mehr Drehmoment, bisschen deutlich weniger Gewicht sogar. Die Gewichtsverteilung wird auch ein bisschen besser. Hubraum nimmt auch zu. Wir bleiben aber beim Mittelmotor-Heck-Antrieb-Prinzip. Also im Prinzip sind wir genau gleich wie gerade beim 488, äh, 488, sag ich schon, beim 458. Also vom Antriebstyp her. Vom LI sind wir natürlich deutlich darunter. Also es ist auch wieder ein etwas dezenteres Tuning. Also etwas einfach nur verbessert, modernisiert in dem Fall. Klar, weil moderne wahrscheinlich Rennbremsen und entsprechend das Fahrwerk und so weiter verbaut wurde. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant. So, also Design ist tatsächlich einfach nur diese Farbe. Ist jetzt natürlich, ähm, sagen wir mal Geschmackssache. Aber hat was. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Und wenn nicht auf einem Lambo, wo kann man sonst Farben ausprobieren, wie man lustig ist. Wir können auch mal hinten reingucken. Hier sehen wir den Motor. Der interessanterweise so rum eingebaut ist. Das ist natürlich auch, das wusste ich gar nicht, beim Yalpa. Sehr cool. Nice. Okay, da bin ich ja mal gleich gespannt, wie das Fahrzeug sich so fährt. Der Yalpa ist jetzt auch so ein Fahrzeug. Ah, da unten hat er Yalpa hingeschrieben. Da sehen wir das Design. Ja, der Yalpa ist auf jeden Fall ein, äh, ja, nicht so, ah, da steht auch nochmal auf dem Deckel was drauf, oder? Ah, Header Performance. Okay, das habe ich gar nicht erst gesehen. Das sieht mal an. Ja, das sind aber dann auch gute Designs. Ja, wenn das so eher schlicht ist und man denkt, das gehört zum Fahrzeug dazu, dann fällt es gar nicht mal so auf. Wobei es auch sehr reflektiert hier, das ist klar, dass ich es da nicht gesehen habe. So, ähm, ja, ich würde sagen, wir fahren einfach direkt und schauen uns das Ganze einfach mal an, wie das Fahrzeug so performt. Und, ich bin mal sehr gespannt, wir haben hier, äh, auf jeden Fall, glaube ich, auf jeden Fall eine andere Reifenmischung drauf, so wie es ausschaut. Bin mir jetzt aber selber nicht sicher. Jetzt gucken wir einfach mal. Zieht auf jeden Fall schon mal ganz gut an, für diese Leistungsklasse. Noch schön breite Reifen verbaut. Okay, die Bremsen weisen ja mal richtig rein. Sind da jetzt andere, das sieht man jetzt nicht bei den Felgen, aber ich glaube, da sind moderne, wahrscheinlich Rennbremsen sogar verbaut. Was vielleicht für dieses Fahrzeug schon ein bisschen zu overpowered ist. Zumindest, wenn man es versuchen würde, ähm, performant hinzubekommen. Aber, ja, es ist natürlich jetzt kein Vergleich zu 458. Natürlich, gerade bei diesen Geschwindigkeiten quält sich das Fahrzeug da natürlich ein bisschen. Aber, man muss ja bedenken, ist ja auch ein Fahrzeug noch aus den 80er Jahren, aus den späten 80er Jahren. Und, ähm, dem her ist es schon ganz okay. Es fährt sich auf jeden Fall auf den ersten Metern ganz okay. Ein bisschen spät jetzt gebremst. Und, man wirkt sich natürlich da noch leichtes Wundersteuern aus. Aber, ich habe halt so das Gefühl, so ein bisschen, dass das Fahrzeug mehr, ähm, ja, mehr, mehr, wirklich halt moderne Teile eingebaut wurden. Und, dadurch finde ich es gerade ein bisschen auch schwierig, weil dann doch deutlich mehr im Krippniveau gemacht wurde, wie dann doch am Motor. Da es wirklich einschätzen zu können, wie sonst die Fahrwerksabstimmung ist. Weil es dann natürlich schon schwieriger ist, so ein Fahrzeug dann ans Limit zu bewegen. Ah, hier sieht jetzt die Farbe relativ geil aus, muss ich sagen hier, wenn so die Sonne ein bisschen mehr drauf scheint. Und, ja, man ist ein bisschen verwöhnt in Horizon, habe ich so das Gefühl von dieser ganzen Beschleunigung und von dieser ganzen Top-Speed-Geschichte. Deswegen wirkt das Ganze jetzt ein bisschen langweilig. Ähm, ein bisschen zu träge, wenn man so möchte. Aber, so im Großen und Ganzen macht es doch schon echt Spaß zu fahren. Dann, wenn wir jetzt mal in die Cockpit-Sicht gehen, da hat man meistens immer so ein bisschen noch ein anderes Feeling. Ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Gefühl für so ein Fahrzeug. Und, ja, man merkt schon, die Kurven-Speed ist natürlich schon extrem im Verhältnis zu dem, was das Fahrzeug an Beschleunigung hat. Also von Performant würde ich jetzt eher nicht sprechen. Es ist schon deutlich mehr auf wirklich schnelle Kurven ausgelegt, das Fahrzeug. Was aber natürlich bei so einem Fahrzeug nicht schlecht sein muss, mit so einem Mittelmotor, Heckantrieb. Warum nicht? Warum nicht ein bisschen mehr Fokus auf die Agilität legen, auf die Sportlichkeit legen? Das passt schon ganz gut. Aus den langsamen Ecken raus ist es natürlich ein bisschen, ja, braucht er schon ein bisschen. Das ist schon so. Also ich glaube, bei dem, bei dem, ähm, bei dieser Modernisierung, sag ich mal, bei dieser moderneren Fahrwerkstechnik, die verbaut ist, mit der richtigen Einstellung und so weiter, könnte man da halt dem Fahrzeug gut und gern nochmal 50 bis 80 PS mehr geben. Glaube ich, das würde dem Fahrzeug nicht wehtun, sagen wir es mal so. Aber man muss ja nicht immer übertreiben, das ist ja eben das, was ich schon angesprochen habe. Gefällt mir aber ansonsten eigentlich sehr gut. Und ich würde einfach auch sagen, an dieser Stelle versuche ich einfach nochmal den Extremtest, indem ich auf die Teststrecke gehe. Ich, äh, ja, mach das kurz offscreen. Für euch geht es ja eigentlich gleich direkt nahtlos weiter auf der Teststrecke. Also, bis gleich mit vielleicht neuen Erkenntnissen zu diesem Fahrzeug. So, und da wird auch der Yalpa entfesselt. Ähm, ich muss sagen, nach der ersten Fahrt jetzt gerade hier offscreen, ist mir tatsächlich ein bisschen was aufgefallen. Das ist eigentlich echt nicht schlecht, wenn man die Fahrzeuge da so ein bisschen über, immer wieder die gleiche Strecke schickt und immer wieder ein bisschen versucht ans Limit zu bringen. Und es zeichnet sich halt einfach das ab, was ich halt schon vermutet habe. Wir haben halt im Verhältnis gesehen, deutlich, deutlich mehr Grip zu dem, was halt Power da ist. Deswegen können wir die Kurven, äh, relativ schnell alle fahren. Ähm, auch relativ sicher. Hier kommt zwar jetzt der Arsch ein bisschen. Das liegt aber meiner Meinung nach jetzt hier so ein bisschen bei dem Fahrzeug tatsächlich eher daran, dass wahrscheinlich etwas an der Spur gemacht wurde. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Es sind nur Vermutungen, das muss dann der Tuner selber vielleicht in den Kommentaren beantworten. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier wurde tatsächlich ein bisschen vorne auf Nachspur gelegt. Ähm, denn, äh, das Fahrzeug kommt doch relativ schnell, lenkt doch relativ sehr schnell ein. Ähm, ist jetzt nicht schlimm. Also, finde ich jetzt nicht schlimm. Allerdings, äh, muss ich sagen, dass das Fahrzeug an sich, da er ja selber geschrieben hat, das Fahrzeug soll ja jetzt nicht irgendwie ein schöner Klassiker sein, der so ein bisschen Chili Vanilli fahren soll. Sondern er sagt ja schon ganz konkret, okay, das soll ein altes Fahrzeug sein mit der Technik eines Aventadors quasi. Also, er soll da quasi von der Fahrwerkstechnik mithalten können. Und wenn man bedenkt, wie wir ein Aventador einfach über so eine Strecke prügeln können und wie sportlich dann doch ein Aventador wirkt. Und damit meine ich jetzt nicht die Beschleunigung oder die Speed, die da erreicht wird, sondern vielmehr auch vom Fahrverhalten. Dann muss ich tatsächlich sagen, wirkt mir das Fahrzeug dann doch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu soft. Also, ich würde tatsächlich einfach nur Testzwecke, ich weiß nicht, ob es funktioniert, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde jetzt so, wenn ich das Fahrzeug hier so fahre, würde ich tatsächlich probieren, das Fahrzeug ein bisschen straffer, ein bisschen, bisschen härter abzustimmen. Sowohl von den Federn als von den Dämpfern, aber vor allem auch von den Stubbys. Die Stubbys wirken mir so, spontan gesagt, ein bisschen zu weich. Die könnten doch ein bisschen mehr Härte vertragen, meiner Meinung nach. Gerade, weil wir nicht so viel Power haben, als dass harte Stubbys oder sonst was irgendwas beim Rausbeschleunigen oder bei der Kurveneinfahrt bewirken würden. Sondern, ja, ein bisschen, ja, ein bisschen straffer alles. Glaube ich zumindest mal, wäre nicht unbedingt so schlecht für das Fahrzeug. Aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Ansonsten finde ich, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es eine Modernisierung sein soll. Und dass wir hier ein Fahrzeug haben, was extrem viel Grip hat im Verhältnis zu dem, was an Power da ist. Würde ich sagen, macht es schon Spaß zu fahren. Also, wenn das jetzt so ein Alltagsfahrzeug wäre, einfach mal so mit so einem alten, schönen Sportwagen durch schönige, sonnigen Tage rumzudümpeln. Gerade auch so über Bergstraßen oder so, ist das eigentlich eine angenehme Sache zu fahren. Und, ja, auch recht entspannt zu fahren, weil es relativ unkompliziert ist. Ja, man kann relativ sicher in die Kurven fahren. Man hat nicht das Gefühl, oh, fuck, 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 da bin ich zu schnell. Also, ihr merkt ja schon, das Fahrzeug irgendwie jetzt in den Grenzbereich zu bringen, mit dem ich irgendwie extrem in die Kurve heize. Das, ja, das muss man dann schon übers Knie brechen. Es ist sehr entspannt zu fahren. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, wenn es in die Richtung mehr Performance gehen soll, müsste entweder weniger in Crypt investiert werden oder aber deutlich mehr Power gegeben werden, weil, ja, das Verhältnis Pastils aktuell finde ich nicht so, zumindest wenn man halt, wie gesagt, etwas Performantes haben möchte. Muss ja aber, wie gesagt, nicht schlecht sein. Ja, das ist immer so eine Auslegungssache. Manche Leute haben es halt einfach lieber ein bisschen mehr oder schneller und angenehmer in den Kurven. Ist ja auch völlig legitim. So, wir haben eine 358, 642. Ich ziehe einfach mal die 20 Sekunden ab. Dann sind wir bei einer 338, 642. Und wir gucken einfach mal in der Allgemeinbestenliste, wo wir da ungefähr stehen würden. Und zwar, ja, auf dem aktuell drittletzten Platz wären wir hiermit etwas besser wie ein Nissan GT-R Wii-Spec 2 im Serien drin. Auch besser wie eine Supra, aber doch schlechter als ein M2 Coupé. Ja, es zeichnet sich ja einfach ab, auch wenn man das jetzt mal mit dem Leistungsindex vergleicht, dass hier einfach im Verhältnis, auch gerade für unsere Teststrecke, das muss man natürlich auch nochmal an der Stelle sagen, einfach halt im Verhältnis zu viel Grip da ist. Und das kann das Fahrzeug einfach in den Kurven niemals rausholen, was es dann im Verhältnis auf den Geraden und beim Rausbeschleunigen verliert, wenn man es jetzt rein nur auf die Rundenzeit oder auf die Zeiten achtet. Wir schalten rüber zur RT-DT-Bestenliste und da, ja, müssen wir nicht lange drüber reden, ist es derzeit das schwächste Fahrzeug, was wir sowieso bis jetzt hatten bei den RT-DT-Einsendungen, damit folglich auch die langsamste Zeit. Das muss aber nicht negativ sein, wie schon gesagt, das ist einfach jetzt nur rein zeittechnisch betrachtet. Es gibt ja auch andere Sachen, die für ein Fahrzeug sprechen, wie eben, es ist ein älteres Fahrzeug, man will vielleicht auch rumcruisen, man möchte gar nicht so dieses perfekt ausgeklügelte, die perfekt ausgeklügelte Mischung zwischen Topspeed-Beschleunigung und Kurvenspeed haben, sondern vielleicht will man einfach nur ein bisschen cruisen und sagt, hey, ich habe da kein Problem mit hier mega schnell in Kurven zu sein und auf den Geraden kriege ich es eigentlich nicht rum. Es gibt auch solche aufbauen, warum auch nicht, macht ja auch auf jeden Fall dann Spaß zu fahren. Also, klar, muss nicht immer die extrem übertriebene oder perfektionierte Variante sein. Gut, ich würde sagen, ich gehe hier raus und ich würde aber auch sagen, an dieser Stelle lassen wir es auch dann für heute dabei. Ja, klar, diese ganze Zufallsgeschichte heute, diese crazy Folge, wie ich es ja eingangs genannt habe, ist natürlich, ja, hat jetzt natürlich ein bisschen Zeit gefressen. Normalerweise, ihr kennt es ja, bereite ich ja die Tunings, die Designs ein bisschen vorne, geht es ein bisschen zügiger voran und dann kriege ich auch je nachdem mal ein drittes Fahrzeug hin, in den seltensten Fällen auch mal ein viertes Fahrzeug. Heute jetzt einfach mal nur zwei Fahrzeuge, ich hoffe dennoch, dass du viel Spaß hattest und auch gut unterhalten wurdest und vielleicht das ein oder andere mitnehmen konntest. Wie gesagt, ich lade immer herzlich dazu ein, die Tunings einfach mal selber zu testen, einfach mal selber auszuprobieren. Vielleicht findet ihr ja auch andere Eindrücke, die gar nicht so mit meinen einhergehen, ja, kann ja genauso sein. Ansonsten würde ich einfach sagen, soll es es gewesen sein, mit dieser RT-DT-Ausgabe, mit dieser Forza Horizon 3-Ausgabe, in der nächsten RT-DT-Ausgabe, ich weiß noch nicht, ob es die nächste Folge sein wird oder dann halt irgendwann später, das werden wir sehen, da werde ich dann das versuchen, was ich eigentlich heute vorgehabt hatte und da kann ich euch schon mal versprechen, da werden wir auf jeden Fall mehr als zwei Fahrzeuge sehen. Vielleicht sehen wir drei, vielleicht aber auch vier, vielleicht auch fünf, sechs, sieben oder acht. Ich glaube nicht so viel, weil ich glaube vier ist schon das Maximum, was ich in der Folge reinkriege. Ja, lasst euch überraschen, es ist auf jeden Fall was sehr Cooles, ich hoffe es klappt beim nächsten Mal. Ansonsten, ja, will ich nicht so viel blubbern am Ende, ich bin raus an dieser Stelle, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal hier, ja, in Forza Horizon 3. Tschaui! Tschaui!